Das heutige Interview ist Teil des Projektes vom blauen Himmel über der Ruhr bis zur Energiewende, das durch das Ecologic-Institut durchgeführt wird. Herr Ziesche, Sie sind unser zweites Interview in dieser Reihe, insofern ist das auch alles noch sehr frisch. Ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, an der Reihe teilzunehmen. Herzlich willkommen. Das UFO, das Unabhängige Institut für Umweltfragen, ist ja gewissermaßen ein Kind der Wende. Wie haben Sie die Entwicklung eines Bewusstseins für Umweltprobleme in der DDR und die Entwicklung und Stehung einer Umweltbewegung erlebt? Ich muss dazu sagen, ich bin ja nicht der Gründer des UFOs, ich bin aber von Anfang an dabei gewesen. Zum Zeitpunkt der Friedlichen Revolution 1989 war ich 26 Jahre alt. Zu den Gründern kann man Folgendes sagen, das waren Personen, die in jedem Fall immer eine gebrochene Biografie hatten. Das waren entweder Personen wie unser Gründer Reinhard Pischocki, der Berufsverbot hatte, Molekularbiologe, oder Dr. Christoph Tannert, der Biologe war und ein Jahr im Gefängnis saß. Auch Anstöße in dem Bereich gemacht hat und gegeben hat, forderte und dadurch eben mit der Staatsmacht in Koalition kam und dann eben ein Jahr ins Gefängnis kam. Und diese Generation und die Personen, wir sagen immer in unserer geschichtlichen Darstellung, 40 Umweltwissenschaftler, die haben sich in Oppositionskreisen Ende der 80er Jahre zusammengefunden. Diese gebrochene Biografie, deswegen erwähne ich das auch, hatte natürlich auch zur Folge, dass man nicht an irgendetwas anknüpfen konnte, sondern alles eigentlich neu aufbauen musste. Und der eigentliche Gründungsgedanke 89 war, der staatlich verordneten Umweltpolitik und Unmündigkeit in Umweltfragen durch eine unabhängige Instanz etwas entgegenzusetzen. Und deswegen war es auch so angelegt, dass das UFU immer auch sehr stark mit den Bürgern, mit Aktiven sich eben auch als Teil der Umweltbewegung verstand. Dann kam der Einigungsvertrag und dann kam die Gesetze der Bundesrepublik, da kam der Rechtsstaat. Und da war es natürlich so, dass wir einerseits gewohnt waren, den alten Staat, also die DDR, zu kritisieren. Nun war aber es dann doch auch wichtig, ein Verhältnis zu finden zu der neuen Bundesrepublik. Die Umweltunion, der grüne runde Tisch, also um da mal Beispiele zu nennen, und die vielen Millionen, die ja eben auch sofort gezahlt wurden, um die Hinterlassenschaften in der DDR zu beseitigen, das hat ja nicht dazu geführt, dass man nun das hohe Lied der Kritik in der gleichen Schärfe aufrechterhalten konnte. Wie haben Sie das wahrgenommen, das Verhältnis zu den anderen Instituten? Wie wurde das UFU aufgenommen? Erstmal war das ja so, dass jede Neugründung eine Bestätigung dafür war, dass das Thema nach wie vor auch eine Relevanz hatte. Unser Bezugsfeld, unser Bezugsrahmen war immer erst mal Ostdeutschland, auch nach der Wende. Wir haben immer versucht, dann in unseren Bereichen auch Felder zu entwickeln, die eben auch noch nicht besetzt waren. Ich würde gerne noch ein paar Fragen stellen zu dem, was jetzt rückblickend Sie sich vielleicht auch angeeignet haben an einer Perspektive auf die historischen Entwicklungen in der DDR zum Thema Umweltprobleme und der umweltkritischen Bewegung. Die DDR hatte fortschrittliche Ansätze, beispielsweise in der Gesetzgebung, das Landeskulturgesetz 1970 liest sich wie ein Programm, das man nur unterstützen kann. Nur in einem Land, das eben kein Korrektiv hat für irgendwas, ist eben der Adressat dieser und derjenige, der eigentlich bestimmen kann, in dem Bereich nichts wirklich unternehmen will, läuft das natürlich alles ins Leere. Deswegen gab es dann eben auch diese Entwicklung, diesen moralischen, aber eben auch diesen realen Verschleiß der Wirtschaft, der dann eben bis hin zu dem Verschleiß der Menschen letztlich geführt wurde. Und wo dann eine kleine Gruppe junger Leute dann in den 80er vor allen Dingen aufbegehrt haben. Zusätzlich wurde ja dann von staatlicher Seite auch der Versuch gestartet, Teile der Umweltkritik oder des Bewusstseins für Umweltproblematiken in der Bevölkerung zu kanalisieren über zum Beispiel die Gesellschaft für Natur und Umwelt. Können Sie uns aus dem, was Sie über die und Ihre Arbeitsweise und Ihre Funktion wissen, auch an dem ich erzähle? Das waren natürlich Gesprächszirkel, wo zumindest eine Diskussion über diese Thematiken stattfand. Hier war es eher so zivilisiert und sozusagen bildungsbürgermäßig organisiert. Das war also sich blutig laufen an Strukturen, die eben gar keine Änderungsfähigkeit hatten. Diese staatskritischeren Elemente in der Umweltbewegung oder die, die andere Aktionsformen gesucht haben, wo haben die sich denn organisiert, wenn es nicht in der GNU war? Die haben sich in den kirchlichen Umweltkreisen organisiert. Da war das kirchliche Forschungsheim in Wittenberg, wie gesagt, der Kristallisationspunkt. Nicht bei allen war das in erster Linie dem starken Umweltbewusstsein oder einem starken Impuls geschuldet, dass man sich als Umweltschützer gesehen hat, sondern es war in erster Linie auch ein Opponieren gegen die DDR und gegen die Verhältnisse. Und das Thema, worüber man das transportierte, war eben Umweltschutz. Und die zweite Hälfte der 80er, da fällt natürlich auch der Reaktorunfall von Tschernobyl rein. Wie wurde das wahrgenommen? Der Reaktorunfall hat ja keine wirklichen Auswirkungen nach der offiziellen Lesart gehabt. Und natürlich hat dieser Vorfall hinsichtlich wiederum des Umgangs, wie informiere ich meine Bevölkerung bei Katastrophenfällen dazu geführt, dass sich da eben auch wieder so eine Entfremdung zwischen Bevölkerung und Regierung ereignet hat. Inwiefern, um nochmal Bezug zu nehmen auf Tschernobyl, war Sorge um die Folgen von der friedlichen Nutzung der Atomkraft ein besonderes Thema? Das ist in der DDR nicht. Und in der DDR gab es schon auch diese Strömung von, ja, wir sind Ingenieure für, und Atomenergie ist die saubere Energiegewinnung. Energiegewinnung, das ist die Zukunft, das ist der Fortschritt, das hat sich auch durch Tschernobyl nicht grundlegend geändert. Was gab es denn an kritischen Ansätzen in der Wissenschaft oder überhaupt an Möglichkeiten, in der DDR kritischer Wissenschaft zu betreiben? Die gab es eigentlich kaum. Also ich würde jetzt mal sagen, in dem Bereich schon gar nicht. Also eine unabhängige Institution zu gründen, war einfach nicht erlaubt. Welche besondere Signifikanz sehen Sie in gerade den Econet und ähnlichen Instituten, die außerhalb des stark staatlich geförderten Wissenschaftsbetriebs stehen? Ich denke, dass die Econet-Institute eine wichtige Aufgabe haben, so als Scharnier zu dienen, um Entwürfe außerhalb der etablierten Wissenschaft zu entwickeln. Wenn man das sozusagen in einem gesellschaftlichen Kontext verordnet, würde ich das schon so sehen, dass das ansonsten, glaube ich, niemand so richtig machen kann. Dass wir Brücken brauchen in neue Konzepte, in neue Lebensentwürfe. Das kann man von der Zivilgesellschaft, das kann man von Organisationen wie Amnesty International, wie Greenpeace lernen, wie wichtig es ist, jenseits der jeweiligen politischen Koalition in Deutschland, aber auch ganz generell, seine eigenen Akzente zu setzen. Unabhängig von staatlichen Fördermitteln, von staatlichen Abhängigkeiten dadurch. Das ist ein hohes Gut. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Ziesche, für Ihre Zeit und für all das, was Sie mitgeteilt haben an Ihren eigenen Einschätzungen, an Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen. Das war für uns sehr hilfreich. Danke. Danke auch für die Fragen. Vielen Dank.